Der Hofbergmann Reloaded 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 So, okay, dann packen wir den mal ein. Ich stelle den mal zum Drescher hoch, ne? Mhm. Ist aber auch ein schönes Gerät, das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, der wurde auch in den Kommentaren sehr gelobt. Und, warte mal, das habe ich in den Kommentaren gelesen, man kann wohl die Kabine hochpumpen, warte mal. Jetzt bin ich ja gespannt. Armlehne, Tür öffnen, Beifahrersitz, imaginären Freund hinzufügen, okay. Handbuch öffnen, Handbuch schließen, okay. Hier, warte mal. Kabinenlift. Ja, läuft. Voll abgehoben. Aber voll abgehoben. Er ist geil. Er ist echt geil. Der hat so viel Zeug drin, das ist Wahnsinn, ey. Okay, beim nächsten Mal werden wir das mal verwenden. Sieht so ein bisschen so aus wie so ein Überwachungsturm. Ja. So, wir bringen den mal hoch. Warte, ich kann ihn auch, komm, wir stellen ihn hier rein. Das ist, hier ist auch okay, glaube ich. Der Unterstand wird so wenig benutzt von mir, da muss man ein bisschen mehr rein. Wichtig ist nur, dass man wiederfindet. Ja, ja. Hinterkommt die Frage, hast du den, hast du den Hexler gesehen? Hast du, der muss irgendwo sein, weißt du. So. Ich habe den irgendwo abgestellt. Simon, wenn du ready bist, dann würde ich, äh, vorspulen. Ja, ruhig. Ich, äh, wasche noch jeden Traktor. Da wird aber teuer, wenn du weiterwäschst. Ich bin fertig. Okay. So, lass uns mal kurz gucken. Ich bin hier spontan fertig geworden. Wunderbar. Dann, ich werde mal versuchen, ja. Wow, ist das hell. Guten Morgen. Oh, da ist er ja. Moin. Ah, du hast dich wieder geklont. Ich weiß, warum das hier immer so produktiv ist. Er klont sich die ganze Zeit. Äh, wie spät ist denn bei dir, Simon? Äh, 9.38. 9.34. Dann warten wir noch ein Männchen. Warten wir noch ein Männchen. Warten wir noch ein Männchen. Dann kundin wird sich das vielleicht gleich noch. hoffentlich. Vielleicht. Wieso ist diese Maschine aus? Keine Silimittel mehr? Oh, wow. Der hat so viele Silimittel gebraucht. Schon alle? Ja. Na gut. Schnefermenta verbraucht halt. Ja, ja, klar. Noch ein bisschen was. Aber das Gute ist ja, wir spielen ja im, äh, Multiplayer und, beziehungsweise nicht im Multiplayer, im Multiplayer auch und mit, äh, Curseplay. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal unseren kleinen Freund hier mittels Curseplay zum, äh, Landmaschinenhändler, äh, nicht Landmaschinenhändler. Wo war das? Beim Landhandel, glaub ich, war's? Hm. Der lässt den Schlauch nicht los. Das ist ein Problem. Der Schlauch geht nicht ab, Simon. Nehm, Messer. Wo bist du? Wow. Äh, wie spät hast du jetzt bei dir? Äh, 35. Ich hab auch 35, das passt. Wo stehst du gerade? Ähm, ich hol grad den, den, äh, Deutz nach Hause. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt einfach losfahren soll mit dem, äh, mit dem Bucher, weil, wie gesagt, der Schlauch hängt dran, ne? Das wäre, ist das vielleicht dieses lustige Phänomen, was wir immer hatten mit dem, äh, Universal Kotte fast? Äh, möglicherweise. Ich versuche mal ganz fix auf das ein bisschen zu umgehen, wäre, weil ich das jetzt zurücksetze. Vielleicht funktioniert das dann wieder. Ähm, ja, das ist natürlich die Frage, welcher Bucher ist das jetzt, ne? Da kannst du jetzt wieder Rätselraten anfangen. Eigentlich müsste es der mit dem Fass sein. Aber ob der mit dem Fass extra mit Fass ausgesetzt, äh, gekennzeichnet wird, ist die andere Frage. Äh, ne, wird er nicht. Okay. Dann ist es der, der am Hof steht. Warte, das bringe ich irgendwie hin. Das muss der sein. Zurücksetzen. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Sehr schön. Problem gelöst. Wir haben zurückgesetzt. Wir waren erfolgreich. Simon steht auch nicht mehr auf der gleichen Stelle, läuft. Alles okay. Alles okay. Ja, wie gesagt, es könnte noch natürlich zu Problemen kommen, es könnte noch zu Fehlern kommen, äh, mit Cursplay, aber wir versuchen unser Bestes, dass das nicht passieren sollte. So, sagen wir hier mal. So, den Traktor kann man jetzt auch mal wieder als Traktor erkennen. Was? Das ist ein Deutsch. Ich dachte, das wäre ein Fendt. Ähm, so. Wir bringen dich jetzt erstmal zum, wie hat denn das geheißen, das Ding jetzt hier? Landhandel. So. Und jetzt, äh, voila. Er fährt. Simon, bist du noch da, ja, ne? Ich bin noch da, ja. Ja, was heißt? Ich spring jetzt mal immer ab und an hin und her. Es funktioniert. Was? Wo können wir denn hier die Gülle abliefern und gucken? Äh, die Gülle wäre so gedacht gewesen, Simon. Achso, du bist mit dem Johnny hochgefahren, ne? Äh, ja, der steht ja noch vom. Achso, nee, warte mal, du bist jetzt hier unten. Warte mal, warte, 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 warte. Am Anfang, direkt am Anfang ist so ein kleines, äh, Becken. Da muss es abgegeben werden. Die Gülle verkauft steht hier. Ne, 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 das ist falsch. Äh, hier vorne. Ach, da rein? Da rein und da wird dann Wasser draus gemacht. Ah. Genau, da haben wir ein Null drin. Äh, da passen 500, ne, 500.000 Liter rein. Und, äh, 250.000 Liter Wasser gibt es dann raus. Ich werde jetzt im gleichen Atemzug, Simon, äh, zum Rathaus gehen und gucken mal, ob wir da Wasser kaufen können. Wir brauchen so viel Wasser, das ist unvorstellbar. Ja, wir können hier, kann hier reingehen. Guten Tag. Kann ich hier Wasser kaufen bei euch? Ne, kann ich nicht? Hier kann ich irgendwas machen. Geld einzahlen. Ach, jo. Okay, wie viel Geld nehmen wir? Ich zahle jetzt mal ein. Äh, wie viel soll ich Ihnen einzahlen, Simon? Ähm. Hello. Hello. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz was rechnen. Ähm, und zwar, äh, Rechner raus. 100.000 Liter, ne? Die wäre doch 0,20. Sind 500.000. Alter Schwede, das ist aber teuer. Ich kaufe jetzt erstmal für, ich sage jetzt mal, 20.000 Euro Wasser, okay? Das reicht auf jeden Fall erstmal. Wieso kann ich hier nichts abkippen? Bin ich falsch? Das weiß ich nicht. So, wir haben jetzt nochmal 100.000 Liter drin, Simon. 100.000 Liter, das reicht gerade so für die, für die Hühnerplantage, glaube ich. Äh, das befürchte ich auch. Aber ist nicht so tragisch. Hm, Gülle. So, der ist angekommen. Ich glaube, ich glaube, der Trigger ist falsch. Ist falsch? Hm, weil da ist nämlich ein Wassersymbol drauf. Ich glaube nicht, dass hier Gülle hinkommt. Also, ich weiß, dass, äh, diese zwei Trigger genau nebeneinander liegen. Äh, An- und Abnahme. Da hatte ich auch schon mal meine Problemchen, ganz ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon, dass es da so gewesen ist. Wie viel Gülle hast du da jetzt drin, Simon? Simon? Ich bin nur da. Also, wie viel Gülle hast du da jetzt drin? Äh, knapp 18.000. Okay. Das wäre schon ein bisschen Wasser und Wasser. Taucht dann da ein Symbol auf oder so? Nee, du musst, glaube ich, nur mit der Tasse R arbeiten. Aber ich kann gleich mal vorbeikommen. Lass mich grad noch das Zillenmittel auffüllen. Und dann bin ich wieder für dich da. Ich darfst auch nicht da gerade reinzufahren, ne? Ach so. Ich hab den Anhänger. Och, wow. Jetzt läuft's. So, kleinen Moment. Ich schick den grad dann nach Hause und dann können wir gerne mal drüber schauen. Äh, Landmaschinenhandel. Ach so, übrigens, bevor die Frage aufkommt, ja, der Simon könnte auch CP-Fahrer beauftragen, ne? Äh, ja. Das wäre wohl auch machbar. Warum wird hier nicht weiter aufgehöhlt? Was steht denn hier drauf? Bin ich zu weit weg oder warum ist das so, wie es ist? Oder hab ich vorne nicht voll gemacht? Ah, vorne ist nicht voll. Ah, deswegen. Hat sich ein Fehler eingeschlichen. So, Landhandel, äh, Hof. Das ist der richtige Kurs, sehr schön. Deckel zu. Vorwärts fahren und los geht's. Äh, genau. Hier fahren wir vorne raus. Perfekt. Und los. So. Simon. Wo ist denn der Simon? Simon, Simon, Simon. Ich stehe ratlos am Wasserbecken. Warte, 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 warte. Äh. Da hinten ist auch noch so ein kreisrundes Becken. Da ist auch irgendwie ein Trigger. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier war. Ziemlich sicher. Oder habe ich da was falsch? Ich glaube schon, dass es hier war. Also hier steht Wasserentnahme erst nach Belieferung des Klärbeckens möglich. Oh, dann ist es vielleicht doch drin, ne? Da hinten ist das Klärbecken, glaube ich. Weil das hier vorne ist ja ein Kühle verkauft, glaube ich, oder? Ne, hier. Wenn du hier weiter durchfährst. Ja, das kann sein. Ich bin doof. Ja, das wird das eigentlich genauso sein, wie du sagst. Mal. Hier, glaube ich, ist ein Trigger und da ist auch eine Anzeige oben. Das wird so sein. Stimmt, da hast du recht. Da hat er recht. Ja, wird weniger. Genau, da ist richtig, Simon. Ne, ne, ne. Jetzt muss ich von meinen Mitspielern schon sagen lassen, wie es funktioniert hier. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Gut. Aber nichtsdestotrotz gucke ich jetzt erstmal hier. Wir haben noch, by the way, an der BGA, Simon, ne? 73, ne, 63.000 Liter Gärreste liegen. Nein, die kann ich auf jeden Fall hin und her fahren. Ja, das wäre auf alle Fälle cool. Wir haben ja noch Gas. Ich werde dann gleich das Gas in Tanks pumpen oder in Paletten pumpen, weil das bringt wohl auch sehr, sehr viel Geld, habe ich gehört. So. Weißt du nicht, was jetzt da gerade auf und zu gegangen ist? Ah, das Tor hier ist auf und zu gegangen, ja. Ah, egal. So. Das ist manchmal ganz, ganz lustig, wenn man irgendwo hinfährt, also auf der Karte rumfährt. Und halt die linke Maustaste für, was ich zum Beispiel, den Frontlader halt gerade verwendet. Und hinter einem irgendwelche Türen auf und zu gehen. Ja, das ist auf der Hofbergbahn extrem, weil er diese Steuerung hat. Weißt du? Du kannst ja vom Fahrzeug aus die Türen auf und zu machen. Das geht ja auf der Hofbergbahn. So, Alter, wir haben so viel Diesel. Brauchst du denn noch Gärreste für die Felder? Ich denke schon, ne? Ja, wäre auf alle Fälle klug. Also alles verkaufen würde ich dann nicht. Haben wir im Hof ein Lager dafür? Ne, doch, wir haben oben ein Hof, ein Lager oben, ne? Ja, sicher. Also ich kann, ich kann die Gülle jetzt erstmal von der BGA zum Hof bringen und dann kannst du dir, können wir mal gucken, wie viel da halt zusammenkommt. Äh, wir machen das anders, warte mal. Ich bin gerade ein bisschen am Suchen und am Gucken. Äh... Ich würde ja gerne die Hühnerfarm bewirtschaften, ne? Muss ich ehrlich sagen. Aber da brauche ich den Unimog. Ah, du hast den... Möchtest den Unimog haben? Ne, ich fahre mit dem Fendt. Alles gut, ich habe den Fendt gewunden. Meins? Weil du kannst ja auch mit dem Unimog fahren, wenn du möchtest. Ja, ich fahre jetzt die... Hol jetzt mir die Gülle von oben. Okay. Wir könnten das so machen. Wir könnten einen Tank, bitte... Einen Tank könnte man stehen lassen. Beim... Am Hof stehen lassen. Da könnte ich mir die Gülle raussaugen. Hm, ja. Ich mache da jetzt erstmal einen voll, den kannst du dann halt... Ja, ist okay. ...leer machen. Ich werde mal mit Wasser anfangen. Aber, liebe Leute, wir sind erst mal fertig für heute, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich uns natürlich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr möchtet. Pünktlich um 12 Uhr mittags mit dem Simon. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.